Das Hotel Mukhanospa Resort liegt in Okurçala in türkische Riviera. Das Hotel Mukhanospa Resort ist beliebt unter den Gästen. 90% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung was den Service, das Essen, Ambiente und die Lage anbetrifft. Die 1417 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,5 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5,6 Sonnen von 5,6 Sonnen widerspiegelt. Zimmer. Mit 5,6 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,5 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die Sport- und Unterhaltungsangebote werden als sehr gut von den Gästen bewertet. Sie vergeben 5,5 von 6 Sonnen. Service. 5,4 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,3 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.